ein großartiges jubiläum 20 jahre wikipedia und das zu corona zeit ich erinnere mich noch gut an die vor wikipedia zeit ich bin ja autor und habe etliche bücher geschrieben und wann schreibt man die wenn man zeit hat und ja wann hat man die meiste zeit im urlaub also schleppte ich mindestens 50 kilogramm informationsbücher mittels besondere der große schwergewichtige brockhaus und seitdem ihr da seid konnte ich mir das ersparen und vor allen dingen ihr seid viel mehr als nur ein lexikon bei euch kann jeder mitmachen der sich die zeit nimmt und deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein mit den informationen aber auf die dauer wird das alles korrigiert wenn mal was nicht stimmen sollte und jetzt habt ihr ja diese aktionswoche und da werde ich natürlich auch mitmachen ihr habt es verdient dass man euch feiert danke für die aufmerksamkeit und vielleicht sehen wir uns wieder tschüss